jo meine kleinen leute was geht ab wir sind wieder heute alleine oder sie komisch aus ich bitte ach man wenn man lange weile hat weiter geht's mit dem system ja weiter geht's wir haben schon mal hier automatisiert ein bisschen also du musst auch sagen dass wir im projekt evolution sind aber natürlich das sehen die leute doch am titel ja also eine kleine automatisierung habe gemacht wir haben hier die ganzen es war die wir letztes mal gebaut hatten ist eigentlich ganz einfach ein richter ran und richter ist leider nichts mehr drin der schon durchgelaufen die also rein als er das quats haben wir reingeschmissen an der seite ich weiß nicht ob hier noch eine da sieht man hier ist an der seite gold drin geht rein in den gravur maschine und wird durch transfer not rausgezogen und lande in der kiste und das mit diamanten und mit silikon genau das gleiche so denn steht die noch eine so einzeln da kommen um die prozessoren rein eine seite redstone rein wird raus 6 und und hier unten wird silikon rein importiert die kuchen ist jetzt schon transfer not drin und wird fleißig immer schön auto kraft wenn wir jetzt in die tour reinguckt sieht man dass schon fünf gold da drinnen sind ich habe noch ein bisschen gold 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 alles gut ich habe mir das jetzt sogar sortiert ich baue jetzt erstmal ein crafting terminal damit wir alles andere hier im system kraften können genau also wie man sieht bei mir ich habe noch ein paar reine flugstalle gemacht normale flugstalle und ein paar reine sette squads kraft kristalle das habe ich gemacht hat eine zwischenzeit die dinks aufgebaut denn das mit der noch eingefallen ist komplett automatisch halb automatisieren kann bleibt nicht zu stehen wird später umgebaut das ladegerät ist hier auch drin hat überall strom um die die kristalle sind keine mit drin sind schon keine mehr drin oder sind die im trichter ach doch im trichter hat er mir gerade hier angezeigt weil das problem ist ja das ist problem wir haben eindeutig mehr ungeladene als geladene deswegen nur um den schon mal ein bisschen vorzubeugen genau obselein aber kurz die maus los und dann haut sie mir gleich ab das haben wir uns derzeit gemacht also ist echt nicht viel und die gravure schon so ein bisschen halb automatisiert ist nicht ist nicht weiter schlimm das kriegt jeder hin ohne jetzt mit endaio anzufangen kriegt man das auch so hin könnte es mit endaio machen oder man kann es nähen auch automatisiert machen über me system machen wir später alles zeigen wir euch auch wir wollten euch jetzt hier nur nicht ewig warten lassen wie dass ihr zugucken müsst wie wir das bau genau wie wir das bauen ich würde sagen me system ist wichtiger also oder beziehungsweise wie wir stehen und warten dass es durchläuft so muss man ja sagen ja genau was wir jetzt die ganzen goldenen rausgenommen ja und die brust ne ja ich habe mir extra möchtest du welche abhaben hier ganz viele goldene ganz viele machst du die speicherzellen ja die zwei muss ich aber behalten erstmal kannst du können jetzt vier habe ich schon mal ich weiß gar nicht ob man auch die disketten hier ist ja noch nichts drin ob man die auch wieder genau man kann ja wieder zurück kraften das wollte ich wissen also kann ich jetzt ein paar kleine bauen falls sie nicht mehr reichen sollten und wie große bauen wollen kann man die einfach so gut so wir haben schon mal zwei kraften grids das ist doch schon mal sehr gut meine anderen prozessoren lege ich da rein also wir haben wir haben noch keine speicherzellen die wollte ich eigentlich als nächstes machen gut jetzt passt du die schon du kannst aber noch ein kalkulischen prozessor ein welchen bringt 124 ja was sie haben ja bitteschön danke hast du ja jetzt bei kannst du mal den unfall bitte nicht so machen ich hab den extra so ein links ein rechts gemacht gut links ist deins rechts ist meins ne rechts ist meins ich habe mich schon an rechts gewöhnt ok kamerad jetzt mach aber endlich start sein ja mache ich 44 44 44 machen wir daraus wenigstens erst mal eine dann können wir alles was das im system betrifft sag ich mal was man dafür braucht darüber transportieren ach so ist da euch hier sachen raus du brauchst eventuell noch was davon nö glaube ich glaube ich glaube ich nicht glaube ich nicht ich finde das hier gerade noch nicht ach du machst gleich 4k 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 eine 4k eine 1k ja dann reicht das erstmal müsste eigentlich nur da machst du viele einkaufen natürlich wie noch übrig sind ja habe ich doch schon nichts fertig zack zack und zack goldene bruss hohen habe ich noch ein gutes voll so kontrollieren ja es geht halt ziemlich ab und zu schnupfen hat es tut mir leid ich bin krank er kränkelt ein bisschen gut patienten habe ich angesteckt das war das so bringst du alles rüber ja ja ich habe gerade schon inventar voll off alles ist ein transferpipes kommen da noch nicht rein die habe ich da reingeschmissen ich darf das ich würde sagen erstmal wirklich alles wirklich so was man fürs im system braucht zum bauen ja die linken oder haben wir nicht mehr so viel ich habe doch vor noch das gemacht genau ich hatte extra nämlich schon das vorbereitet weil ich das wusste dass wir das brauchen was denn ich hätte noch das gemacht aber noch einen logikprozessor ich brauche noch einen logikprozessor haben wir hier damit oh gott jetzt habe ich zu oft auf den knopf gedrückt was denn ich habe gerade ganz viel quarts bestellt und das ausversehen alles hierhin geschmissen ja da ist das so ist nicht weiter schlimm ich wollte gerade hochklicken und habe ganz oft bei einer menge von 1000 auf bestell bestell bestellen gedrückt ne ich hole ich mir selber hol ich mir selber davon fakt ist wir müssen noch ganz ganz viele storage cells machen so weit die dann nachher verarbeitet sind oder davon genug haben dann exportieren wir unser lager hier in das rein genau jetzt heißt das eigentlich nur so ein paar kleinigkeiten machen und eigentlich nur warten bis die maschinen durch sind wir brauchen aber wir brauchen ganz schön viele weil gerade kummer weil ich mal wie viele steine wir haben okay aber dann müssen wir nachher eine regelung finden mit mülleimern dass wir vielleicht 30.000 pro dings haben der rest weggeschmissen wird oder 50.000 so so das habe ich die müsste ich jetzt was was will denn noch da quats glas brauchst du quatsch führen aber schon drinnen alles gut ja aber nicht mehr viel glaube ich nicht also sprich das zerriebene quatsch zumindest nicht ach von den dingen braucht man ja ganz viel so gut dass wir so viel quatsch haben so ich reib mal ein bisschen quatsch reib mal ein bisschen quatsch ich baum aber schick ist brauchst du denn daneben glas kabel wie ja das ist erstmal ein kleiner notbehalt jetzt brauche ich noch ein neues zwei neue dings brauche ich noch so und das sind das kraft da ja ich erkenne es dadurch dass ich jetzt so dieses texture pack drin habe muss ich mich doch echt an manche items gewöhnen wie die sie überhaupt aussehen ja das sind die quatsch ding ich suche jetzt nur gerade nur die 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 was ist das dass die fertigungskonsole ich muss noch mal ganz kurz dass die fertigungskonsole me schnittstelle haben wir noch was freue ich mich auf das auto kratzen mit mir system ja ja schablonen die brauche ich eigentlich so habe jetzt ganz viel quatsch das noch mit 1.400 wenn ich gleich mal noch ein bisschen silikon nachsetzen war ja ja aber ich komme mit dem pattern immer nicht klar schablone genau schablone schablone ganze stick damit drin so schablone konsole und fertige ja und shop viel mehr davon ja so hier kann man die padel machen also die 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 der kann wieder volle kanne raus ich komme noch rechtzeitig muten also in denen kann man jetzt schon in der mitte kann man jetzt die rezepte anlegen supi ja gut aber im moment können wir ja noch naja gut okay wir können manche sachen schon so wenigstens zusammen craften ne mit maschinen ist ja nur noch nicht ne ich frage mich gerade nur was hier fehlt schon wieder ah was fehlt dir glowstone hole ich mir schon ja so ganz alles jedes rezept kennt man nicht aus dem kopf was man alles so braucht wir müssen jetzt stück für stück rüber holen und da immer reinschmeißen genau ich würde sagen lassen wir die gravur maschine äh noch ein bisschen arbeiten und dann geht das schon umso mehr passt der nachher rein also ich frage mich jetzt nur ob wir das eine folge machen wollen das ganze lagersystem umreisen um das ist noch so eine sache muss ich mir noch überlegen letztendlich pumpen wir es nur ab ja glaube ich ich glaube du kannst einen importer ranhauen an den ähm so jetzt kannst du schon eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun rezepte schon mal erstmal einfügen ich hoffe du hast schon den pattern im auto crafting das ja genau das ist ja auch immer so eins äh leere schablone äh so tausend silikon sind auch nochmal im system so 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 und pattern das ist das erste was man macht ja gut wir machen gleich weiter wir machen gleich äh hier sind schon übrigens über ein stack logik prozessoren drin ne achso also 10 bitte schmeiße ich dir mal rein 91 stück schon mal ich muss mir nochmal Quarzglas ach macht der jetzt schon wieder nicht oh der ist vor ich brauche eine kiste hoffe ich einfach zu dem unbeschriebenen fachen gehe wo kein bild ist und genau weiß wo es rein muss so geht das aber ich habe gerade nur probleme mit den rezepten warum er das nicht weiß online die weiß online die weiß online warum er das schon wieder nicht so macht wie ich wie er soll jetzt macht das ja aber auch mal gleich die speicherzelle ein hau mal glas im system ja kein problem hatte ich schon reicht ein bisschen reingehauen reicht nicht reicht nicht 20 äh gluston bitte ein oder ganzen stack bitte ja warte jetzt kommen erstmal 36 glas nochmal 30 ich brauche gluston das ist wichtigste dann muss ich erstmal 10 gut kommt auch sofort aber jetzt muss ich erstmal ganz schnell mein glas hier ich habe eine kleinigkeit vergessen was habe ich vergessen weiß ich nicht los tun hast du sogar ein system noch drin eine fertigungseinheit habe ich vergessen was soll ich dazu sagen ja müsste ja eigentlich eine bevor ich die co after cook aber nochmal ist ja klar der rechner kann du hast 4000 glas drin jetzt ja der rechner kann ja gar nicht arbeiten ohne ein rechner mhm 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 den stellen wir erstmal hier ja so ich kann jawohl das waren die ersten genau das klappt auch so jetzt geht es weiter ein k genau leere schablon 1k so ähh 4k ist das kacke wenn man nicht weiß wie sie aussehen mhm 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 4k geht nicht weil 1k fehlt ich brauche nur ein kalkulation und fertigen hast du noch wenn denn hier unten in der truhe kalkulation brauchst der kalkulation von die ganzen tun wo sind die wo sind die wohl ich habe alles hier oben in die kiste geschmissen ich habe jetzt den nächsten reingepackt nächste wird ein kalkulation erst mal ein da genau da jetzt habe ich sie crafting card falls sie gerade in wörter cut redstone card acceleration card das waren die die schneller machen genau hast du kalkulation prozessoren brauchen wir dafür bloß so die ersten zwei rezepte habe ich würde sagen wir sind ziemlich gut ich glaube gerade muss man was gucken weil es gibt dir auch noch diamanten fehlen diamanten fehlen wir haben keine dia so es gibt nur einen blog ich weiß nicht wie der heißt sprich deine geraten laut aus man kann auch rezepte so rein machen importer fertig muss monitor man braucht nicht immer die items haben für die rezepte weißt du was du meinst dass er die genau ich weiß nur nicht gerade ach guck mal wie schön schnell das jetzt geht was das crafting von denen was dann ich habe accelerations cards gebaut du musst mal gucken wie schön schnell die inscriber jetzt arbeiten ja davon braucht gleich noch mehr das dauert ja noch ewig bis wir alles haben speicherzellen werkbank nee das ist die zum umbauen dass sie sich als kontrolle kontrolle ich komme jetzt noch nicht auf den namen ich weiß noch nicht ganz genau wie das aussieht genau wie das aussieht ich weiß nur accelerations cards machen schneller ja ja das ist richtig wir haben keinen kein gold und kein diamanten mehr drin ja dann immer rein ja versuche ich das ist die truhe eigentlich könnte ich doch eine gold truhe eine dia truhe drauf setzen na gut das machen wir in der nächsten folge dann weiß ich das bestimmt welcher das ist ob es den auch hier gibt ich weiß immer noch nicht was du ganz genau haben möchtest ja ich komme jetzt nicht auf den namen ich weiß noch nicht mehr wie der aussieht was sollte denn überhaupt machen kochen rezepte ohne dass du die items brauchst du kannst du einfach so rein klicken und denn die schablon fertig herstellen ja das zeige ich dir mal anders jetzt hast mich abgebracht das stimmt gar nicht du hast gerade auch wieder gesehen gesagt ne ich wollte aber ich wollte nur eins machen ach so ender ha das müsste doch gehen was wirst du jetzt schon anfangen konduits auto zu kraften ne ich möchte was anderes machen was ganz cooles zeige ich dir na macht das nicht ja ich sehe schon was du machen willst die ender chest ich brauchte sand in der truhe die brome für das me system von daten von a nach b zu schicken wieso wir können auch das erwarten nehmen nein in der trugen möchte ich für das system ich möchte meine items auch mal sehen was da rein und raus kommt zum beispiel jetzt könnte man jetzt hier den tesserakt weg machen und könnte man einfach nur weil wir bauen jetzt energiesystem ja so der sohn ja wiederum anders um mit items conduits und so weiter also ich würde sagen wir bereiten jetzt die disketten so weit vor dass wir ein paar disketten haben dass wir das ganze lager umrüsten und ich würde sagen wir wussten wir machen das lager auf screen bauen wir das beide um schmeißen alles rein und sehen uns mit dem fertigen lager system im system wieder ganz genau und dann zeigen wir noch mal wie viel tolle sachen da jetzt sind so drin sind ja ich schätze mal dass wir so 45 netzwerk wie heißen die touren die drives die du weißt du sechs fünf stück haben mit 64 werde ich das wird doch alles noch ganz schick in die wand verbaut dreh dich um wir sagen tschüss tschau 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 das war minecraft präger